Dora Deliska, Sie sind gerade von einer Konzertreise nach Katar zurückgekehrt. Ich habe gerade im Internet ein bisschen geschaut, wie die Wettersituation dort ist. Da hat es, glaube ich, gerade so um die 30 Grad. Wie geht es Ihnen jetzt zurück in Wien bei dem nasskalten Wetter? In Katar war es so schön. Ich war am Strand jeden Tag. Ich vermisse die Sonne, aber ich freue mich auch, wieder in Wien zu sein. Ja, gegen das Wetter kann man ja sowieso nichts machen. Außerdem steht in knapp zwei Wochen am 16. März ein Konzertdebüt unter Anführungszeichen auf dem Programm, nämlich ein Konzertdebüt mit einem neuen Programm im Rahmen der Mittagskonzerte im Wiener Konzerthaus. BACH nennt sich dieses Konzertprogramm. Ich habe eingangs schon gesagt, Musik von Johann Sebastian Bach ist da dabei. Aber nicht nur. Was steckt denn hinter BACH? Das BACH-Projekt ist ein sehr, sehr besonderes Projekt für mich und sehr persönlich eigentlich. Das Projekt besteht aus ausgewählten Werken von Bach, Shostakovich und Chopin. Und man denkt sich gleich, okay, was haben die drei Komponisten gemeinsam? Eigentlich nichts. Aber die drei haben große Klavierzyklen und ganz wichtige Klavierzyklen komponiert. Das Voltenbergierte Klavier von Johann Sebastian Bach, dann die 24 Präludien von Shostakovich und die 24 Etüden von Chopin. Jetzt natürlich haben gerade diese drei, diese großen Zyklen, die Sie gerade erwähnt haben, geschrieben. Aber es haben andere Komponisten auch große Klavierzyklen geschrieben. Da kann man zurückschauen mit den Sonaten von Scarlatti von mir aus oder auch in die Zeit der Romantik schauen. Oder Franz List, natürlich auch ein Komponist, dem Sie sich ja schon sehr intensiv gewidmet haben. Warum jetzt für dieses Projekt gerade diese drei? Ich meine, natürlich Bach ist naheliegend für ein Projekt, das B.A.C.H. heißt. Aber warum gerade Shostakovich? Warum gerade Chopin? Eigentlich hat alles mit Shostakovich angefangen. Ich bin ein großer Bewunderer von Shostakovich und ich liebe seine Musik, besonders die Symphonien. Ich habe die schon vor vielen Jahren entdeckt und sehr viel gehört, schon als Studentin. Und es hat mich immer fasziniert, diese tiefe, schmerzhafte Persönlichkeit von Shostakovich. Er hat auch ein sehr, sehr schwieriges Leben gehabt. Er dürfte gar nicht komponieren, weil Stalin seine Musik gar nicht akzeptiert hat. Und später erst habe ich auch die Klavierwerke von Shostakovich entdeckt. Die sind eigentlich sehr, sehr selten gespielt. Er hat die Präludien und Fugen erst im Jahr 1950 komponiert. Das sind genau 200 Jahre nach Bach das Voltenbergierte Klavier. Und er hat sich getraut, so einen Zyklus in alle Tonarten zu komponieren, wie Johann Sebastian Bach. Er war in Deutschland bei dem Bach-Wettbewerb in Leipzig und er dürfte dort auch komponieren. Und die Werke sind wirklich sehr introvertiert. Die Präludien und Fugen sind sehr bitter, sehr schmerzhaft, sehr introvertiert und zeigen diese Genie, das gelitten hat. Das hat mich irgendwie beim Shostakovich immer fasziniert, dass er trotz aller Schwierigkeiten es geschafft hat, seinen Weg zu finden und geniale Werke zu komponieren. Und trotzdem muss man ja ehrlich sagen, sind diese Werke von Shostakovich, Sie haben die Symphonien angesprochen, die werden immer wieder gespielt. Da gibt es natürlich ganz große Beispiele mit der Leningrader Symphonie oder auch der letzten und so weiter. Kammermusik von Shostakovich wird sehr oft gespielt. Die Streichquartette zählen ja auch zu seinen populärsten Werken. Und die Klaviermusik, die findet man wirklich ganz, ganz, ganz selten, entweder auf CD oder auch auf den Konzertprogrammen. Woran mag das dann liegen? Ich glaube, jetzt ist es eigentlich Zeit, die Klaviermusik von Shostakovich neu zu entdecken. Und ich hoffe, durch das PRCH-Projekt könnte ich mehrere Musiker interessieren für seine Musik und auch die Zuhörer. Die sind eigentlich auch ziemlich schwierig zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Die sind nicht sehr bequem, die Präludien und Fugen, aber die sind fantastische Werke. Das ist wirklich eine neue Welt zu entdecken. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz, bevor wir wieder Musik machen, bei Musik von Dmitri Shostakovich. Sie haben mir im Vorgespräch zu dieser Sendung heute erzählt, es gibt ein symphonisches Werk, das Sie ganz besonders berührt hat und das Sie ganz besonders hingeführt hat zu seiner Musik, nämlich die 11. Symphonie in G-Moll. Warum gerade dieses Werk? Ich liebe alle Symphonien von Shostakovich, aber ich habe eine sehr starke Erinnerung mit der 11. Symphonie. Das war ein Konzert im Musikverein, ich glaube vor vielleicht fast acht Jahren. Und eigentlich Rostropowich hat dirigiert. Das war vielleicht sein letztes Konzert. Und ich habe zufällig eine Karte, es war aus Verkauf, und ich habe zufällig eine Karte von ÖH irgendwie auf der Bühne bekommen. Es war herrlich. Ich war auf der Bühne im Musikverein und ich konnte das Gesicht vom Rostropowich sehen. Und ich bin eigentlich fast taub geworden, weil ich war hinten alle Bläser und Schlagwerke und das sind extrem laut zum Schluss. Aber das war so ein Erlebnis, dieser erste Satz. Die dauert so lange und es gibt diese lange Bogen, wo man wirklich das Gefühl hat, man verliert die Zeit. Es gibt überhaupt keine Zeitgrenzen mehr. Und es hat mich wirklich berührt. Und diese Erinnerung habe ich noch immer. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde sehr gerne irgendwie seine Musik mehr kennenlernen und mehr verstehen. Und Schostropowich kann man nicht sofort verstehen. Man braucht Zeit für ihn und für seine Musik. Und die Elfte Symphonie ist ein guter Anfang. Ich werde die Erinnerungen dieses Konzert jetzt ein bisschen auffrischen, musikalisch. Wir hören allerdings jetzt nicht den ersten Satz aus dieser Elften Symphonie von Mitri Schostakovich, sondern wir hören hinein in den zweiten Satz, übertitelt mit 9. Jänner. Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, die Tempobezeichnungen. Entschuldigen Sie bitte jetzt schon, dass wir dann irgendwann im Laufe dieses Satzes wieder aussteigen, denn er dauert in diesem Fall fast 20 Minuten. Rudolf Barschei dirigiert das WDR Sinfonieorchester. Ich weiß, es ist immer schwierig, aus so spannungsgeladener Musik auszusteigen, aber in diesem Fall möchte ich doch eher meinem Studiogast heute den Vorzug geben. Und so müssen wir leider wieder hinaus aus diesem zweiten Satz der Elften Symphonie von Mitri Schostakovich. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass gerade mit dieser Symphonie das ein sehr prägendes Erlebnis für Dora Diliska gewesen ist, auch wenn hier nicht Mstislav Rostropowitsch dirigiert hat, sondern der legendäre Rudolf Barschei am Pult des WDR Sinfonieorchesters aus der Symphonie Nummer 11 in G-Moll, Op. 103, also der Beginn des zweiten Satzes. Wir haben schon gehört, die Musik von Mitri Schostakovich, die hat sie besonders gepackt, das symphonische Werk, aber auch das Klavierwerk. Gehen wir vielleicht ein bisschen ins Detail, was dieses BACH-Projekt betrifft, das Sie dann spielen werden im Konzerthaus beim Mittagskonzert. Diese Mittagskonzerte haben ja auch eine ganz besondere Stimmung, muss man sagen. Musik von Johann Sebastian Bach trifft auf Schostakovich, trifft auf Chopin, das haben wir schon erwähnt. Aber wie sind Sie denn jetzt an die spezielle Auswahl der einzelnen Musikstücke herangegangen? Ich denke, Sie werden nicht einfach beliebig irgendwelche Ausschnitte aus diesen großen Zyklen der jeweiligen Komponisten ausgesucht haben. Die Entstellung dieses Projekts hat wirklich lange gedauert. Manche Ideen kommen, manche künstlerische Ideen kommen spontan und man muss die sofort machen und manche brauchen Zeit. Und bei dem BACH-Projekt war das eben so. Es hat wirklich sehr, sehr lange Zeit gedauert, bis es zu dieser letzten Fassung gekommen ist. Und wie ich schon gesagt habe, es hat alles mit Schostakovich angefangen. Wenn ich seine Klavierwerke auch entdeckt habe, dann hat mich immer irgendwie interessiert, wieso gerade 24 Präludien und Fugeln wie Bach. Und er war der Erste, der sich getraut, wirklich so einen Zyklus in allen Tonarten zu komponieren. Und dann habe ich sehr, sehr lange Zeit, viele Jahre, eigentlich die zwei großen Klavierzyklen, das volltemperierte Klavier und die Präludien und Fugeln von Bach analysiert. Ich habe auch meine Diplomarbeit darüber geschrieben und immer die Zusammenhänge, aber auch die Kontraste zwischen den verschiedenen Stücken. Aber dann war es immer die Frage, wie könnte ich das als ein Konzertprogramm irgendwie vorbereiten, weil das sind so viele Werke insgesamt, zusammen mit den Etüden. Das sind fast, ich weiß nicht, 160 Werke, wenn man die einzelnen Werke zählt. Und dann habe ich mit den Jahren eigentlich eine sehr enge tonale Verbindung gefunden. Das heißt, ich habe zwischen den Werken von Bach und Shostakovich, die in den Tonarten B, A, C und H eine Verbindung, starke Verbindung gefunden. Natürlich, das basiert sich auf viel Analyse und Nachdenken. Es ist nicht nur einfach so spontan. Ja, das klingt gut, B, A, C, H. Und wie ist Chopin dazugekommen, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe als Konzertpianistin übt man täglich ein bisschen Technik. Und da übe ich auch die Etüden. Und dann einmal habe ich mir gedacht, aber ja, das passt eigentlich ganz gut, auch zu den Präludien und Fugeln von Bach und von Shostakovich. Und eigentlich bringt es ein bisschen eine harmonische Entspannung. Nach so viel Schmerz und Dissonanten und so vielen Fragezeichen in der Musik von Shostakovich besonders hört man Chopin als Entspannung, so, wow, endlich mal. Und die Etüden sind sehr, sehr virtuos, aber ich versuche in der Interpretation ein bisschen mehr romantisch, mehr locker das zu empfinden und nicht nur auf die Schnelligkeit mich zu konzentrieren. Das heißt, insgesamt, jetzt zusammenzufassen, ist die Idee so, dass die drei Komponisten sich treffen, miteinander reden und sich beeinflussen. Was heißt beeinflussen? Ich glaube, es ist ein bisschen die Interpretation beeinflusst sich. Ich, zum Beispiel bei dem B-Block, bei dem ersten Block, spiele ich das berühmte Präludium von Bach als Anfang. Und gleich nachher nicht die fünfstimmige Folge von Bach, sondern das Präludium von Shostakovich, weil die zwei Präludien mit den selben drei Tönen anfangen. Und das habe ich einmal entdeckt und ich war so, wow, das war wie ein Rätsel plötzlich. Es kommt alles zusammen und es macht musikalisch für mich einen Sinn. So entsteht irgendwie auf der Bühne für mich. Meine Vorstellung ist, dass durch diese Kombination entsteht eine neue Komposition. Eine neue Schaffung sozusagen von Werken in den gleichen Tonarten, beziehungsweise ja nicht in den gleichen Tonarten, denn es ist zwar B, A, C und H, aber es treffen jeweils Moll und Dur aufeinander. Wie kann man sich denn das Konzept dann in der Ausführung vorstellen? Werden die Werke wahrscheinlich sehr knapp aneinander gespielt, damit der jeweilige Zusammenhang da ist? Wird es eine Pause geben? Nein, eigentlich gibt es keine Pause und das ist auch mit dem Konzept verbunden. Ich spiele in jedem Block und jeder Block dauert circa 15 Minuten, alle Stücke ohne Unterbrechung. Das heißt, B, A, C und H, das ist alles zusammen eine Stunde. Und jeder Block hat auch einen eigenen Schwerpunkt. Wie ich erwähnt habe, B trägt die Melodie als Schwerpunkt, A, rhythmisch eine sehr starke Zusammenfassung von den Werken. Alle Werke von Bach, von Shostakovich und Chopin sind in einem Tempo von Anfang bis zum Schluss, sodass man ein bisschen das Gefühl verliert, wow, wo bin ich jetzt? Ist das jetzt Chopin oder Bach oder Shostakovich? Beim C ist die harmonische Verbindung ganz stark, weil alle Werke mit reiner Quint anfangen. Und bei H, bei dem letzten Block, ist die emotionale Verbindung als Schwerpunkt. Das heißt, alle ausgewählten Werke sind sehr individuell, emotionell. Und eigentlich, wenn man das überlegt, das sind die vier Komponente der Musik, Melodie, Rhythmus, Harmonie und Gefühl. Deswegen bezeichne ich dieses Projekt als ein Konzertprogramm mit eigener Dramaturgie. Meine Idee ist, dass das Publikum gemeinsam mit mir eine neue Dramaturgie, ein neues Geschehen erlebt und etwas Besonderes empfindet. Ich merke schon, da steckt wirklich sehr viel bei diesem Projekt BACH zu hören. Gibt es das dann also beim Mittagskonzert im Wiener Konzerthaus im Schubertssaal, glaube ich, wird das sein am 16. März zum Mittag? Vielleicht eine banale Frage, aber für viele Künstlerinnen und Künstler dann doch nicht so ganz banal. Essen Sie vor dem Konzert oder nach dem Konzert? Nie vor dem Konzert. Ich glaube, man wird faul nach dem Essen und es ist auch so, die ganze Aufregung und das gehört dazu und lieber nach dem Konzert. Dann ist man wirklich hungrig und es ist schön, nach dem Konzert zu essen. Das war wieder Musik von Franz Schubert, allerdings dann nicht mehr so ganz im Schubert'schen Original, sondern von Franz Liszt für Klavier transkribiert. Das Gretchen am Spinnrade natürlich hier wieder in einer Aufnahme meines heutigen Studiogastes Dora Deliska. 11.32 Uhr zeigt die Uhr, zwei Minuten nach halb zwölf. Dora Deliska, verlassen wir thematisch vielleicht jetzt einmal ein bisschen das Terrain des Konzertes oder des Programms BACH und gehen wir auf ein anderes Programm, auf ein anderes Projekt ein. Anders nicht nur der Titel, sondern auch komplett anders das Programm Tanzers. Das ist auch ihre aktuelle CD bei Gramola erschienen. Bei uns auf Radio Klassik war das übrigens die erste CD der Woche des heurigen Jahres. Ich weiß nicht, ob Sie das damals mitbekommen haben. Ursula Magnus hat ja über diese CD sehr, sehr, sehr lobenswerte Worte gefunden. Tanzers ist der Titel und es finden sich verschiedene Tänze darauf. Das Programm ist natürlich in diesem Fall vorwiegend Musik des 20. Jahrhunderts ausgestattet. Vielleicht auch da die erste Frage, wie kam es zur Idee? Es ist sehr interessant, weil Tanzers und BACH sind irgendwie laufend parallel und das sind wie zwei komplett andere Welten. BACH ist ein sehr intellektuelles Konzept und hat sehr viele Jahre gedauert, bis es zu der Öffentlichkeit gekommen ist und beim Tanzers war alles spontan. Es war, yay, jetzt würde ich sehr gerne auch mit mehreren Musikern spielen, neue Stilrichtungen ausprobieren. Und da habe ich einfach mit Freunden von mir, alle Musiker, die auf der CD mitspielen, sind wirklich gute Freunde von mir, einfach darüber gesprochen und das war eine gemeinsame Entstehung und Idee. Und natürlich, das Konzept des Tanzers, die Tänze. Und da kann man auch verschiedene Tänze und Rhythmen, argentinische, bulgarische und ungarische Rhythmen hören. Und ja, das ist einfach eine reine emotionelle und temperamentvolle Idee und ist auch so entstanden, sehr spontan. Und ganz spontan möchte ich jetzt sofort musikalisch in diese CD hineingehen. Sie sind ja ursprünglich, stammen ja aus Bulgarien. Heute an diesem 3. März ist bulgarischer Nationalfeiertag. Und darum hören wir jetzt gleich hinein in Bela Bartok sechs Tänze im bulgarischen Rhythmus aus dem Mikrokosmos und zwar mit der Nummer 3. Musik zum bulgarischen Nationalfeiertag. Heute an diesem 3. März. Natürlich für meinen heutigen Studiogast Dora Diliska, aber nicht nur für Sie, sondern auch von ihr aus den abschließenden Werken des Mikrokosmos von Bela Bartok. Das sind nämlich diese sechs Tänze im bulgarischen Rhythmus, die Nummer 3. Ich glaube, auch das wirklich ein ganz, ganz, ganz typisch bulgarischer Rhythmus. Ja, das ist der sogenannte Tanz Rdjenica. Und das tanzt man eigentlich sehr gern und sehr oft in Bulgarien. Und ich muss, ich will aber unbedingt sagen, Cestit Treti Mart, das heißt auf bulgarisch, alles Gute für den Nationaltag, weil ich glaube, sehr viele Bulgare hören zu. Und ja, zurück zum Tanz. Und ich finde, es ist eigentlich ganz wichtig zu tanzen. Und wir machen das so selten heutzutage. Es ist ein Luxus, tanzen zu gehen. Wenn man überlegt, wo geht man tanzen? Man muss in die Disco gehen, aber das fängt zu spät an. Und einfach, Tanzen ist nicht mehr so selbstverständlich geworden. In der Diskothek werden Sie wohl auch nicht Rdjenica hören. Genau. Vielleicht. Vielleicht. Wenn ich mit dem DJ rede, vielleicht doch. Nein, aber das meine ich. Ich finde, Tanz und Rhythmus, diesen Rhythmus empfinden und sich frei fühlen, einfach zu tanzen, und das vermisse ich sehr in unserem Alltag. Und ich hoffe, mit dieser CD spürt man ein bisschen die verschiedenen Rhythmen und ja, man kann dazu auch ein bisschen tanzen. Man merkt ja auch, dass Sie offensichtlich gerne tanzen. Aber ich bin da ganz Ihrer Meinung. Das Problem ist, dass viele Musiker, Musikerinnen heutzutage, dadurch, dass sie wahrscheinlich nicht tanzen, sage ich jetzt einmal, ja auch keine Erfahrung mit Tanzmusikstücken haben. Also ich kenne das auch aus einem Bereich, in dem ich selbst tätig bin, zum Beispiel in der österreichischen Volksmusik, dass sehr viele Stücke einfach zu schnell gespielt werden oder zu langsam gespielt werden, weil die Musikerinnen und Musiker zum Teil einfach gar nicht wissen, wie Tanzfiguren funktionieren oder wie Tanzschritte funktionieren. Genau, und Tanz ist eigentlich so, es sollte eigentlich so natürlich sein. Es ist mit unseren Emotionen verbunden und die Bewegungen sollten auch zu dem Rhythmus passen. Und da ist wirklich, man sollte sich frei fühlen, das zu machen. Und dadurch, dass es so ein Luxus geworden ist, ist wirklich sehr, sehr selten. Jetzt haben Sie schon gesagt, BACH ist ein sehr intellektuelles Programm, das Sie zusammengestellt haben. Tanz, das ist mehr so das Gefühlsprogramm, sehr spontan entstanden. Es ist auch eine bunte Auswahl mit Musik von Greg Anderson, von Astor Piazzola, Bella Bartok haben wir gehört. Da ist auch noch ein Tango von Stravinsky mit dabei, Musik von Chinastera und dann auch von Georg Breinschmidt, der ja gestern genau an dem Platz gesessen ist, wo Sie jetzt gerade sitzen. Bei Robartok. Bei Robartok, wie er das gestern bezeichnet hat. Das hat mir so gut gefallen. Es ist eine bunte Auswahl mit einer bunten Sammlung von Musikerinnen und Musikern, die hier zusammengekommen sind. Sie haben schon gesagt, Sie haben einfach Ihre Freunde zusammengespannt und diese CD aufgenommen. Ich habe jetzt gesehen, es wird ein Konzert geben mit diesem Programm, nämlich am 4. Mai im Porgy & Bess. Ja. Bevor ich die Ankündigung gesehen habe, wäre mir die Frage auf der Zunge gelegen, ist es nicht schwierig, gerade mit solch einem Projekt ein Konzert zu organisieren, weil so viele verschiedene Menschen dabei sind? Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig und ich hoffe, alle Mitwirkenden werden Zeit finden, weil natürlich, da muss man auch im Voraus proben. und ich bin sehr dankbar überhaupt, dass solche fantastischen Musiker mitgemacht haben. Ich habe extrem viel gelernt und diese Erfahrung hat mich bereichert, weil ich finde, natürlich ist es ganz wichtig, dass man die eigene Interpretation als Konzertpianist empfindet, aber durch diese neue Menschen kennenlernen, neue Stillrichtungen erleben, sich trauen, in eine Richtung zu gehen, wo es nicht wirklich mehr klassisch ist, das finde ich sehr wichtig für mich und das habe ich sehr gerne gemacht und ich freue mich und ich hoffe wirklich, dass es zustande kommen wird, dass wir das Programm und noch eine Erweiterung dieses Programms am 4. Mai in Porgi und Bass spielen können. Wir treffen uns heute mit Georg Fransch mit und wir werden neue Ideen eben besprechen, weil, dass ich ihn getroffen habe überhaupt in meiner künstlerischen Entwicklung, hat mich sehr bereichert und ich bin, wie gesagt, dankbar an alle Musiker, die mitgemacht haben bei der Dancer CD. Wir werden dann ja auch noch Musik von Georg Breinsch mit hören, jetzt allerdings gehen wir in eine andere Richtung, wir springen nämlich weit übers Meer zur Musik von Alberto Chinastera und hören Ausschnitte aus seinen Danzers Argentinas, Danza de la Mosa Donosa und Danza del Gaucho Matrero. Dora de Lisca ist hier allerdings ganz allein. Aufregendes aus Südamerika, Musik von Alberto Chinastera aus den Danzas Argentinas, der Danza de la Mosa Donosa und der Danza del Gaucho Matrero. Auch diese zwei Stücke nachzuhören auf der CD Danzas von Dora de Lisca. Dora de Lisca, die Zeit ist leider fast schon wieder vorüber. Die Zeit vergeht dann immer wie im Flug. Ich möchte nur kurz erwähnen, Luca Monti ist hier mit dabei auf dieser CD, Nora Romanov-Schwarzberg mit einem Tango von Piazzolla. Der Geiger Yuri Rehwitsch ist auch hier mit dabei mit einem Tango von Stravinsky. Und zwei Gäste auf ihrer CD, nämlich Florian Willeitner und Georg Breinschmidt, werden wir dann noch hören mit einer Komposition von Georg Breinschmidt. Aber vielleicht zum Abschluss noch die Frage, jetzt ist das BACH-Konzert, das Programm und Projekt im Konzerthaus, mit diesem Mittagskonzert am 16. März, am 4. Mai dann das Danzas-Konzert in Porgy & Bass. Natürlich ganz was anderes, ganz andere Location. Was tut sich denn sonst so noch auf dem Programm, auf dem Konzertkalender, beziehungsweise in der Planung für die nächste Zeit? Das letzte Jahr war eigentlich sehr intensiv, sehr produktiv. Und diese zwei Projekte sind sehr wichtig für mich und ich habe die entwickelt, sozusagen. Und mein Wunsch wäre jetzt, die zwei Programme, die zwei Projekte beim Konzert zu spielen und das zu entwickeln. Und dann habe ich eigentlich mir gedacht, ich mache eine kleine Pause im Sommer, künstlerische Pause. Aber das klappt sehr selten. Ich glaube, bei der Kunst muss man wirklich auch Zeit für sich nehmen und die Ideen nicht zwingen. Also, ich meine, ich würde sehr gerne auftreten, mehrere Konzerte machen, aber nach Bärziger und nach Danzas brauche ich irgendwie, auch emotionell finde ich, mehr Raum, um ein neues Projekt zu entwickeln. Aber es gibt viel Zeit. Jetzt kommen mehrere Konzerte. Ich habe auch viel mit Orchester, Ravel und Gershwin gespielt. Und ja, das ist es jetzt. Konzertauftritte und Ruhe und Zeit für die Familie. Aber ich frage trotzdem ganz frech nach. BACH, natürlich so ein ausgeklügeltes Projekt, so ein ausgeklügeltes Programm, das Sie zusammengestellt haben, das schreit ja fast nach einer neuen Aufnahme, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich kommt eine neue Aufnahme. Aber darüber reden wir bei unserem nächsten Gespräch. Darüber reden wir das nächste Mal. Dann sage ich an dieser Stelle Danke fürs Dasein. Toi, toi, toi für alle Projekte, die jetzt anstehen. Für BRCH, für Danzas hat mich sehr gefreut, Sie heute hier im Studio kennenlernen zu dürfen. Mich auch. Danke für die Einladung. Es war schön, hier zu sein. Und so gehen wir zum Schluss hinein in das schon angekündigte Musikstück von Georg Breinschmidt. Balkandrom nennt sich dieses Musikstück. Es ist das Finale auf der Danzas-CD. Und hier ist Dora Deliska gemeinsam mit dem Komponisten Georg Breinschmidt und auch mit dem Geiger Florian Willeitner zu hören. Mit diesen schwungvollen Klängen aus der Feder von Georg Breinschmidt ist unser Rubato heute zu Ende gegangen. Balkandrom, das abschließende Stück auch der aktuellen CD Danzas von Dora Deliska. Sie war gemeinsam mit Georg Breinschmidt und dem Geiger Florian Willeitner zu erleben. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Blagodaria sage ich an alle bulgarisch sprechenden Damen und Herren, die heute vielleicht übers Internet auch mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag. Auf Wiederhören beim nächsten Mal. Auf Wiederhören beim nächsten Mal.